Hallo zusammen! Wie es sicherlich jeder von euch mitbekommen hat, sind die zwei neuen Pokémon-Games Let's Go Eevee und Pikachu rausgekommen. Um das zu feiern, hat ein zeitlich limitiertes Café Empako-Gebäude in Ikebukuro aufgemacht. Dort gibt es wahnsinnig viele tolle Pokémon-Mahlzeiten zu probieren. Das hier war die Tischunterlage, die Karte von Kanto. Sie war viel zu schade zu benutzen. Das Motiv ist echt toll! Pika! 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 Es waren wirklich einige tolle Sachen dabei. Ich musste bei meinem Eis das Relaxo erstmal mit der Poké-Flöte aufwecken. Ich habe noch nie Essen gesehen. Ich habe noch nie Essen gesehen. Neben dem Café gab es noch einen kleinen Pop-Up-Store mit vielen süßen Pokémon-Artikeln. Vorstellung, in jedem Kartei aufzuordnen, der in jedem Kong-Artikel in mir durch die Kartei-Flöte auf dem Kartei-Flöte auf dem Kartei-Flöte aufwachen. Ich habe noch nie suggestiert das Spiel, auf dem Kartei-Flöte auf dem Kartei-Flöte. Wait müssen Sie sehen? Ich habe noch nie aus tuvике-Flöte aufel. Ich habe noch nie ... Behalte auf es geschafft! Lo yere wir uns zu verhargieren. Hoppikop-Store mit dem Kartei-Flöte auf dem Kartei-Flöte auf den Kartei-Flöte her. besten gaud Abwechle island, die leite. Unten in der Videobeschreibung habe ich euch noch das Café verlinkt. Es ist noch bis zum 7.1. geöffnet. Eine Reservierung wird nicht benötigt, aber ihr solltet relativ früh kommen, um nicht ewig in der Schlange anzustehen. Welche Edition der Games habt ihr euch geholt? Schreibt's doch mal in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!